So, ich dachte, so geht ihm das jetzt. Boah. Also das war heute, glaube ich, die letzte Support, das letzte Support Act von Soulbound. Ich glaube, die haben sich jetzt gerade zerstritten. Knack, er hat's kaputt. Komm, ich geb dir trotzdem einen Schluck von mir. Bitteschön. Halt, ihr macht so viel kaputt. Ach, ich liebe die Jungs. Soulbound!